Hallo, hier ist Harald von wu-experte.de. Dieses Video zeigt, wie du mithilfe von ChatGPT, also der sogenannten künstlichen Intelligenz, Snippets für WordPress und WooCommerce erstellen kannst. Falls du dich darüber informieren möchtest, welche Möglichkeiten es noch gibt, die künstliche Intelligenz in WordPress und WooCommerce einzusetzen, dann abonniere doch diesen Videokanal. In diesem Videokanal stelle ich ja auch regelmäßig Snippets vor und erkläre die Vorgehensweise. Diese Snippets lassen sich dann über die Snippets-Datenbank auf wu-experte.de herunterladen. Über ChatGPT kannst du dir nun über die sogenannte künstliche Intelligenz automatisch Snippets für WordPress und für WooCommerce erstellen lassen. Der Link zu ChatGPT findet sich in der Beschreibung des Videos. Sollte der Zugang wegen Überlastung nicht möglich sein, dann musst du es einfach zu einem späteren Zeitpunkt nochmals versuchen. Bevor ich die Vorgehensweise an einigen Beispielen erkläre, noch der Hinweis, dass die Snippets von ChatGPT natürlich nicht überprüft sind. Du solltest also für das Testen dieser Snippets unbedingt eine Testumgebung, wie zum Beispiel eine lokale WordPress-Installation verwenden. So, jetzt geht es aber endlich los mit dem Erstellen von Snippets durch die künstliche Intelligenz. Bei dem ersten Snippet soll es sich um ein Snippet handeln, das einen Mindestbestellwert in WooCommerce festlegt. Die Vorgehensweise ist ganz einfach. Du gibst deine gewünschte Funktion in das Suchfeld ein und lässt dir dann das Snippet erstellen. Hier als Beispiel habe ich diesen Text eingegeben. Schreibe mir ein Snippet für WooCommerce. Es soll einen Mindestbestellwert von 50 Euro geben. Bestellt jemand unter dieser Summe, soll folgende Fehlermeldung im Warenkorb erscheinen. Das Erreichen des Mindestbestellwertes ist für eine Bestellung notwendig. Nach Eingabe dieses Textes erstellt ChatGPT das Snippet und gibt zusätzlich darunter auch noch eine Erklärung aus. Nun musst du nur noch das Snippet kopieren und in einer Testumgebung zum Beispiel in das Plugin-Code-Snippets eingeben. Links für Anleitungen von den Plugin-Code-Snippets und der kostenlosen Software LocalWP für die lokale Installation von WordPress und WooCommerce Das findest du in der Beschreibung dieses Videos. Nach dem Einfügen des Snippets fehlt noch ein Test. Ich füge also ein Produkt unter dem Mindestbestellwert ein und es erscheint der Hinweistext. Der Text ist noch auf Englisch. Den können wir im Snippet anpassen. Dazu einfach das Snippet aufrufen und den englischen Text gegen einen deutschen Text austauschen. Das war's schon und nun erscheint der Hinweistext in deutscher Sprache. Das war aber noch eine relativ einfache Aufgabe, die aber gut gelöst wurde. Nun stelle ich eine kompliziertere Aufgabe für ein Snippet. Und zwar gibt es in WooCommerce ja den Lagerbestand. Dieser Lagerbestand wird zwar in der Auflistung aller Produkte in einer Klammer angezeigt, aber das ist sehr unübersichtlich und die Produkte lassen sich auch nicht nach Warenbestand sortieren. Diese Aufgabe wird nun gestellt. Ich gebe also folgenden Text in das Feld ein. Schreibe mir ein WooCommerce Snippet, füge in der Produkttabelle eine neue Spalte hinzu und zeige dort den Lagerbestand für jedes Produkt an. ChatGPT erstellt nun hier ein Snippet und fügt auch wieder eine Erklärung hinzu. Wie bei dem ersten Beispiel übertrage ich das Snippet in das Plugin-Code-Snippet und überprüfe dann die Produkttabelle. Und tatsächlich wurde eine weitere Spalte mit dem Lagerbestand hinzugefügt. Es wird aber noch interessanter. Bei dem nächsten Beispiel sollen nun nur die Produkte in der Produkttabelle angezeigt werden, die überhaupt einen Lagerbestand haben. Um nun diese Funktion dem Snippet hinzuzufügen, muss ich aber nicht einen ganz neuen Befehl eingeben, sondern ich fordere ChatGPT auf, die Funktion in dem schon erstellten Snippet hinzuzufügen. Diese Vorgabe klappt bei diesem Beispiel nicht ganz, aber es wird immerhin ein zweites Snippet mit der weiteren gewünschten Funktion erstellt. Nach der Fertigstellung übertrage ich das Snippet wieder und überprüfe die Funktionsweise. Und tatsächlich, wie gewünscht erscheinen nur die Produkte mit Lagerbestand in der Produktverwaltung. Ich könnte also nach dem Eintrag des Snippets über Aktivieren oder Deaktivieren des Snippets die Anzeige der Produkte in WooCommerce steuern. Allerdings fehlt hier noch die Sortiermöglichkeit. Also gebe ich in ChatGPT als weiteren Befehl noch folgendes hinzu. Die Spalte mit dem Lagerbestand soll sortierbar sein. Diesmal muss das System etwas überlegen, gibt dann aber wieder ein Snippet aus. Auch dieses Snippet wird kopiert und in das Plugin Code Snippets hinzugefügt. Nun wird es spannend und tatsächlich, die Spalte mit dem Lagerbestand lässt sich sortieren. Das ist wirklich erstaunlich. Nun könnte ich natürlich noch weitere Snippets erstellen lassen, aber ich denke die Vorgehensweise dürfte nachvollziehbar sein. Wichtig dabei ist, die Snippets vor dem Live-Einsatz immer zuerst zu testen. Weitere Videos über den Einsatz der künstlichen Intelligenz in WordPress und WooCommerce folgen und bei Interesse abonniere doch diesen Videokanal. Bei Gefallen des Videos würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.